Wir sind Glasveredler. Das erste Hauptprodukt, was wir produzieren, ist Meerscheibenisolierglas und das zweite ist Einscheibensicherheitsglas. Das ist ein Glas, wenn es kaputt geht, springt es in ganz kleine Teilchen. Unser Glas findet Einzug in den verschiedensten Projekten. Das können Firmengebäude sein, das können Hochhäuser sein und hier sind wir nicht nur bundesweit, sondern auch weltweit unterwegs. Das internationale Geschäft, das birgt spezielle Herausforderungen, spezielle Risiken. Wenn ich jetzt an die Absicherung von Zahlungen denke, an Bonitätsprüfungen mit Kunden, da ist es ganz wichtig, dass man verlässliche Partner hat in dem Bereich. Die ANV versichert uns komplett von Maschinen über Immobilien bis hin zu Mitarbeitern. Der Herr Friedrich ist unser Ansprechpartner. Was ich an ihm schätze, ist einmal seine Ehrlichkeit, sein offenes Feedback, was er einem gibt und natürlich seine kompetente Beratung. Da ist meiner Meinung nach das offene Wort das Richtige und das trägt auch so eine Beziehung über Jahre. Im Laufe der Jahre hat sich Herr Friedrich sicherlich auch im Glasbereich zu einem Spezialisten weiterentwickelt. Also Crystal Lux ist ein innovatives Unternehmen mit innovativen Ideen. Wir brauchen dafür auch eine individuelle Absicherung, maßgeschneidert, die wir dann bieten können. Also der Firmenkunde muss wissen, dass er sich auch uns verlassen kann und das kann er. Die Partnerschaft zu ANV trägt maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei. R&V. Die Versicherung mit dem Plus.